So Leute, was geht ab? Endlich wird es ein bisschen warm für mich am schönen Motor, der ist warm. Ich war von einem Auto, habe mich ein bisschen aufgewärmt und natürlich muss der Motor laufen dafür. Ja, ich wollte euch noch ein bisschen was erzählen und zwar, ich gehe mal hier zu Camp, war ich ja auf der Autobahn unterwegs und der Luftfilter war ja auch am Start und offen und ich dachte, ich zeige euch einfach mal, wie das jetzt hier aussieht. Das war nämlich so, dass zu dem Zeitpunkt alles frisch gesalzen wurde auf der Autobahn. Mein Auto sieht auch dementsprechend gerade extrem sauber aus und sieht man überall noch die Rückstände und Reste und das ging sogar ein bisschen hier mit zum Luftfilter-Innenraum rein. Also wenn man das irgendwie sieht, da hat es halt ein bisschen Luft und Dreck reingespritzt, kommt aber auf jeden Fall hier durch den Trakt. Also hier motormäßig ist immer alles dicht, von Picobello, aber das hat die Luftfilter jetzt nichts getan, also der sieht immer noch nice aus und ich habe da auch ein gutes Gefühl, weil die Luftführung hier so geil, sieht man das hier, da hängt man eine Lasche rum, hier ganz geil läuft. Und da mache ich mir auf jeden Fall keinen Stress mit, kann man auf jeden Fall mit rumfahren, für meine Augen auch komplett alltagstauglich. Und ja, auf jeden Fall, probiert es mal aus, baut einfach mal den Kasten ab, müsst ihr nicht unbedingt auch den Piper Cross Duftfilter drin haben, könnt auch den originalen Papierfilter drin haben. Und das einfach mal auspupieren, also wie ich das mitbekommen habe und auch von anderen Leuten gehört habe, gibt es da keinen Stress. Ja, so gesehen auch keine Schwierigkeiten, also man kann das ganz einfach machen, warte, mal kurz meine Fresse scharf stellen. Man kann das einfach machen ohne große Probleme und einfach mal ausprobieren und das Ding dann offen fahren und einfach mal den Sound genießen. Ansonsten treibe ich mich hier gerade im Industriegebiet rum, ist eigentlich ganz nice hier. Da geht gerade die Sonne unter, yeah. Da sieht man Hamburg City, Fernsehturm, Elbphilharmonie. Ich zoome da mal kurz hin für euch. Können wir checken, wo ich mich hier rumtreibe. Fernsehturm da hinten, ein bisschen Nebel. Drei Millionen Kirchen. Ist auf jeden Fall ganz nice hier, wo ich mich gerade rumtreibe, yeah. Und ja, wie man auch sieht, ist mein Auspuff auch wieder. Mein Auspuff braucht auch wieder Cleanung. Cleanung Deluxe. Und ja, auf jeden Fall gucken, was noch so alles geht. Das Auto sowieso erstmal der beschmutze ich wieder, ist voll geschissen. Ist echt scheiße, ohne Garage. Aber egal, das ist halt Autofahrer live.